Ich habe schon die verrücktesten Sachen gesehen, was mittlerweile auch im Internet an Bildmaterial verfügbar ist, über die Technologie. Also Gewinnung von atmosphärischer Energie. Wir reden immer nur von Tesla und seinem Tesla-Turm. Aber drahtlose Energie, das gab es alles schon. Du hast mir gestern ein Foto gezeigt von einem Kamin, also das ist zumindest in England, viele Kamine gibt, die nie ein Feuer gesehen haben. Nicht nur in England. Aber eigentlich so eine Art wie eine Infrarotheizung funktioniert haben müssen, weil kein anderer Ofen da in der Nähe war. Das ist das Faszinierende. Die waren auch in der Lage, ätherische oder atmosphärische Energie zu konzentrieren, also zusammen, deswegen überall diese kleinen Antennen. Wir sagen, das sind Verzierungen. Wahrscheinlich waren das aber Antennen plus Hohlraumresonatoren, die man da drunter findet, man ja überall auch diese Kugeln. Auf den Kirchtürmen oder auf älteren Gebäuden, die eben diesem Neoklassizismusbaustier entsprechen, findet man sehr viel. Obelisten und so weiter. Das sind alles nur atmosphärische Energiesammler, könnte man sagen, Art Antennen, die dann in der Lage waren, das runterzubringen. Und wahrscheinlich wurde hier sehr viel mit Kupfer, mit Eisen, mit Gold und auch mit Quecksilbermetallen gearbeitet, um letztendlich da entsprechende Energien dann zu konzentrieren. Und dann auf zum Beispiel so eine Art Metallplatte, die dann einfach nur abgestrahlt hat. Das heißt, wir haben also eine Infrarot-Reizung in diesen Schlössern teilweise eben gehabt. Und eben nicht, wie wir uns mit Kerzen ist man da rumgerannt und hat dann da irgendwie mit Kohlen. Es ist aber witzig, wenn man das heute hört, was uns erzählt wird. Das kann ja nachträglich so gemacht worden sein, um uns diese Geschichte aufzutischen. Aber so rein technisch, wenn man sich das anguckt, war es offensichtlich früher völlig anders. Also die haben rauchfrei sozusagen ihre Räume geheizt und auch beleuchtet. Aber nachträglich hat man gesagt, ja, die haben da vorher, ich meine, guck dir die Schlösser an, sind die alle mit Kerzen immer rumgerannt? So wird uns das ja erzählt. Das muss ja furchtbar gewesen sein, auch in den Burgen. Das muss ja düster ohne Ende gewesen sein. War es bestimmt auch in einigen Regionen. Aber bitte schön nicht in diesen herrschaftlichen großen Häusern und riesen, riesen Schlössern. Also das passt irgendwie nicht. Und das sind so Widersprüche, wenn man das auf sich wirken lässt. Wenn man natürlich nicht denkt, nur einfach das abspult, was uns erzählt wird, klar. Aber wenn du anfängst, du bist jetzt in so einem Schloss, gehst nach Berlin oder nach Potsdam, guckst dir das mal an und lässt das mal so auf dich wirken und denkst so, hm, allein die Gärten, diese Schönheit, diese Ästhetik, du gehst da durch und fühlst dich wohl. Und dann gehst du durch so eine Betonwüste, wie wir sie heute haben und merkst so, oh nee, ist ja Stress pur. Das ist ja keine Harmonie. Du hast auch für das Auge nichts. Alles nur so glatte Wände, nichts Besonderes. Aber guckst du diese alte Architektur an, da ist ja alles irgendwie bis ins kleinste Detail geplant. Und wie gesagt, wenn wir erkennen, dass es auch technischen Aspekt erfüllt, also nicht nur den ästhetischen Aspekt, dann kann man nur sagen, Hut ab. Genial. Da sind wir Meilen von entfernt, wenn wir heute gucken, wie wir bauen. Aber das Wissen ist da. Das Wissen ist da. Das Wissen ist da. Aber es ist noch nicht in genügend Köpfen wieder drinnen. Ja, oder wie gesagt, unsere Antennen. Dass wir unsere Antennen wieder freischalten dafür, also das Wissen anzuzapfen. Genau. Ja, also gut, mittlerweile gibt es Ausdrücke wie die Akasha-Chronik oder das morphische Feld, wie auch immer. Aber egal, das Wissen ist da. Es ist nicht verloren. Es ist offensichtlich. Es ist ja auch die Gebäude, ich sag mal so, die Spuren auf dieser Hochkultur, wo alle sagen, ja, wo war die denn? Du stehst mittendrin. Wie? Du stehst mittendrin. Du musst nur mal das Dia, was in deinem Kopf, was diese Wahrnehmung verzehrt, das musst du austauschen. Und dann gehst du durch die Stadt und siehst plötzlich diesen tartarischen Baustil. Ich sag's jetzt einfach mal so. Aber die hat man gesagt, das ist Neoklassizismus oder was auch immer, oder Neugründerzeit, oder Gründerzeit. Nein, geh doch mal so weit, dass du sagst, das ist vielleicht 300 Jahre alt, das Gebäude. Und das ist aus einem bestimmten Material geschaffen, dass je älter das Gebäude ist, desto stärker und härter wird das Ganze. Ist also witterungsbeständig, wenn man so möchte. Wenn ich dann mit diesem Dia durch die Welt gehe, ich sehe es doch, es ist da. Es sind nicht nur die Pyramiden, sondern es gibt so viele Hinweise, überall. Also diese Megalithkultur, die wir haben, die im Hordenreich existent war. Die hatten natürlich auch das Wissen, solche Gebäude zu bauen, die alten Meister. Das war auch ein bestimmtes Wissen, das auch nur bestimmte Kreise hatten, aus denen sich vielleicht auch später die Freimaurer abgespalten haben als Kaste oder als Bauhütten-Tradition. Aber genau das, Reik, ganz zum Schluss, das hat mich immer, also auch bei dieser Argumentation, guckt ihr diese Gebäude an und dann guckt ihr davor die Leute in ihren Pferdekarren an. Ja. Ja, aber es können doch sozusagen nur eine gewisse Kaste gewesen sein, die über dieses Wissen verfügten, während der Großteil der Bevölkerung im Tal der Ahnungslosen lebte. Also da ist bei mir noch ein großes Fragezeichen. Also was ich bis jetzt schon herausgefunden habe, ist, die vorherige Generation hatte auch gewisse Stände oder Kasten, das gab es schon. Natürlich wie auch heute, es gibt Forscher, Wissenschaftler, es gibt die Armee, das waren sozusagen die Kosaken, das war die Armee des Hordenreiches. Da gab es natürlich auch die Händler, die Bauern. Also das ist eigentlich wie heute auch nicht anders. Und natürlich hat jede Kaste ein Spezialwissen. Ein Krieger, der ist anders ausgebildet als ein Baumeister oder als ein Händler oder als jemand, der die Finanzen verwaltet für das Reich. Und natürlich gibt es aber sicherlich auch Überschneidungen. Also ein grundsätzliches Wissen. Ich meine, wenn allen atmosphärische Freienergie zur Verfügung steht, für Transportprozesse, für das Heizen der Gebäude, das ist so ein allgemeines Wissen. Das war verfügbar, ist heute nicht. Ja, heute reden wir über Windkraft und so einen Quatsch. Wenn wir überlegen, was wir schon hatten. Und das Verrückte ist ja, diese Gebäude, zum Teil funktionieren die technisch auch wahrscheinlich noch. Also diese Anlagen sind ja noch da. Manche sind zerstört worden, aber manche Sachen funktionieren offensichtlich auch noch. Nur wir nutzen es nicht. Weil im Kopf immer ist, Energie kriegen wir von den Stadtwerken oder vom Gaswerk oder vom Elektrositätswerk. Und dann müssen wir so viel bezahlen, nächstes Jahr ist es wieder teurer und so weiter. Das kennen wir, daran haben wir uns gewöhnt. Das ist Teil unseres Glaubenssystems. Aber wenn wir den Kopf wieder, sind wir beim Outside the Box denken, wenn wir den freimachen und anfangen zu sagen, okay, was bedeutet das? Und mit was für einfachen physikalischen Mechanismen man Freienergie bekommt. Man denkt mal, oh, Freienergie, das ist ja ganz huhuhu. Es geht offensichtlich viel, viel einfacher, als wir uns das vorstellen können. Und das ist das Interessante. Es ist offensichtlich. Die Funktionsprinzipien, es gibt ja unzählige Menschen, die auch mal sowas erfunden haben hier und da, weil sie ein bisschen Tüftler sind. Die sind ganz schnell auf diese einfachen Wirkprinzipien wieder gestoßen, haben das umgesetzt, gedacht, Donner, wenn das funktioniert. Ja. Konnten da natürlich kein Business daraus machen, weil sobald sie ein Patent anmelden, fällt der Hammer, ist vorbei. Dann wird er nicht geduldet. Aber ich will damit nur sagen, wir sind eigentlich nur so kurz davor, wenn wir wieder aufwachen, wir können da ganz schnell wieder anknüpfen. Warum? Weil wir es in uns tragen. Wir sind nur jetzt seit 200 Jahren, sag ich mal, auf dem Irrweg geleitet worden. Und das Interessante ist, solange wir von außen manipuliert werden und immer einen Druck erleben von außen, bleiben wir auf dem Irrweg. Nimmt man den Druck weg, werden wir ganz automatisch wieder dahin kommen. Wir werden uns wieder erinnern. Das geht gar nicht anders. Wenn der Druck wegfällt, der uns ständig immer ablenkt und uns irgendwelchen Mist anzählt und Angst macht und was weiß ich, irgendwelche Pseudo-Gefahren an die Zukunft projiziert, wenn das wegfällt, also die Massenmedien und was da alles hinter steht, dann werden die Menschen sich die elementaren Fragen wieder stellen. Sag mal, geht das nicht auch anders? Können wir nicht auch anders ein Auto betreiben? Na klar, wir haben doch schon mal hier die Möglichkeit gehabt, Brennstoffzelle oder was weiß ich oder einfach mal einen Tesla, der hat doch mal irgendwie einen Konverter oder was weiß ich und schon werden sich da Leute ransitzen. Aber momentan sind wir in einer Situation, wo eben sehr viel monopolisiert wurde. Und auch das Wissen wurde monopolisiert. Und auch nicht zurückgeschreckt wird, den einen oder anderen von dieser Erde halt zu beseitigen, der sich auf diesen Weg macht oder ihn publik macht. Also sollte man einfach mal auch googeln, Gran Tartaria oder Groß-Tartarien. Es gibt mittlerweile Quellen. Also was ich gehört habe, ist seit 2013 hat Putin die Archive aufgemacht zu diesem Thema und auch seit 2017 hat er dem Präsidenten der Tartarischen Republik, gibt es ja in Russland, hat er als Geschenk, ich glaube als Geburtstagsgeschenk, hat er eine große Karte von Gran Tartaria übergeben. Und das natürlich hat er eine gewisse, wie soll ich sagen, Symbolwirkung. Denn es bedeutet letztendlich, dass sich jetzt das heutige Russland offensichtlich in die alte Tradition wieder einfügt und offensichtlich die Verbindung wieder mit dem, was vor etwa 250 Jahren brutal abgetrennt wurde, wieder aufgenommen hat. Und Russland war bis dato immer die Ordnungsmacht in diesem Raum. Und die haben offensichtlich auch eine sehr lange Zeit friedlich koexistiert und nicht die Völker unterdrückt, sondern dieses Hordenreich, das hat ja gut funktioniert. Da gab es ja zig verschiedenste Völker haben da gelebt. Das ist ja alles bekannt, auch in der Sowjetunion. Gut, das ist jetzt wieder so ein Feldversuch gewesen von Westmächten, die das Russische übernommen haben. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es ja auch heute, wenn man sich die Weltlage anschaut, man kann das natürlich immer alles verdrehen, aber im Grunde, wer ist der Aggressor, wer ist derjenige, der sich eigentlich nur verteidigt? Und kann ja jeder sich die Frage selber stellen. Also ich will damit nur sagen, wir sind nicht so weit weg von diesem Thema und es kommt zurück. Und ich glaube, es ist wichtig, sich deswegen auch mit diesem Thema mehr und mehr zu beschäftigen. Es hat nichts mit Russland zu tun. Es geht nicht darum, das sind jetzt die Russen, wenn man die Kritiker dem Fomenko vorwerfen nach dem Motto, ja, der will jetzt eine russische Weltsicht allen überhelfen. Nein, der hat einfach nur eine Analyse betrieben und das ist die Interpretation aufgrund seiner Datenlage. Und die Quellen, die es dazu gibt oder die Belege, die das untermauern, die sind unglaublich viele. Also wir haben Münzen, Gebäude, Architekturstil. Du findest es überall und das Internet macht diese Vernetzung möglich und zeigt uns eben den Baustier in Japan, den Baustier in China, den Baustier in Australien, Neuseeland und du denkst, du stehst in Leipzig vor einem Grathaus, weil es ist der gleiche Baustier. Als wenn es die gleichen Architekten gewesen wäre. Als wenn es die gleichen Architekten waren, ja. Und nicht die Kolonialmächte, die da eingereist sind und dann wieder mit Segelschiff und Pferdekutsche und so haben solche Gebäude gebaut. Nein, die Dinger standen da schon, die sind später gekommen. Aber in der Geschichte wird es uns anders erzählt. Und so hat man dann auch wahrscheinlich auch diverse Architekten einfach nur erfunden, um uns zu erzählen, ja, der hat das geplant und der hat das dann bauen lassen und so weiter. Aber vielleicht gab es den gar nicht. Weil das können wir nicht überprüfen, weil es ja geschriebene Geschichte ist. Und geschriebene Geschichte, mein Professor hat gesagt, Papier ist geduldig, du kannst da alles draufschreiben. Und zwei Generationen später ist die Erlebnisgeneration weg und du liest das und musst es glauben. Gibt es keine Zeitzeugen mehr. Richtig. Ein Beispiel fällt mir ein, der Herr Becksten, der da zur Weltausstellung, glaube ich, in England, ja, also gigantische Gebäude hat. Ja, das war ja auch im Rahmen dieser kontrollierten Technologiefreigabe. Weltausstellung, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, war ja auch ein Stil oder eine Möglichkeit, das Wissen eben kontrolliert der Bevölkerung wieder zur Verfügung zu stellen. Das fing 1851 in London an mit diesem riesigen Kristallpalast. Ja. Wo man sich auch fragt, wie haben sie das gebaut? Oder wenn man sich in Chicago die Weltausstellung anschaut, riesige, wir würden sagen, römische, antike Tempel, riesig. Haben sie abgerissen danach. Wunderschöne Bauwerke hat man abgerissen. Man fragt sich, was hat denn Rom in Amerika zu tun? Also dieser Baustil, den findet man dort eben. Und das sind eben diese Hinweise, dass wir eine Einheitskultur mal irgendwo hatten, die natürlich sich auch durch einen einheitlichen Baustil repräsentiert. Ganz klar. Und den finden wir in Europa, genauso wie in Nordamerika, Südamerika. Aber konzentriert ist es eben im eurasischen und europäischen Raum, muss man sagen, und in Nordamerika. Das waren so die, sagen wir mal, die großen Zentren von dieser Kultur. Ich glaube, wir haben jetzt den The Surface, also den... Ja, mal einen Überblick gegeben. So und mal an der Oberfläche gekratzt und jeder darf selber weiter graben. Richtig. Und ich denke, du gräbst auch weiter. Na klar. Und wenn du das nächste Troja sozusagen freigelegt hast, sehen wir uns einfach wieder. zum Schluss einfach hier noch eine Weltkarte von 1730, die würde ich gerne noch... Da ist dann tatsächlich auch nochmal Großtartarien... Das sind schon Stückere, das sind schon kleinere Stücke. Also man sieht den mit der Zahl 2 betitelten Bereich, das ist sozusagen dieser westliche Teil, der jetzt von diesen Romanovs okkupiert wurde. Und von dort hat sich dann sozusagen das Russische Reich, wie wir es jetzt in den Geschichtsbüchern kennen, ausgebreitet. Aber letztendlich war das nur eine Randprovinz von dem Teil 1, 3 und 4, also von diesem Großtartarischen Raum, der östlich vom Ural bis zum Pazifik und darüber hinaus. Also sprich Nordwestamerika gehörte mit dazu. Und auch hier vielleicht chinesisches Tartarien, ja, also auch China war wesentlich kleiner früher. Und Peking hieß wahrscheinlich ursprünglich Tartarenstadt. Die wurde erst 1900 im Rahmen des Boxeraufstandes eigentlich durch die Westmächte zerstört und erobert. Und die verbotene Stadt, das war der Bereich, wo auch nur eben die Tartarenzugang hatten und keine Chinesen. Und die Chinesen wurden auch umgesiedelt. Also das heutige China ist auch ganz skurril, die Geschichte davon. Den hat man auch eine interessante Geschichte gegeben, die sie auch so offensichtlich nie hatten. Aber das ist nur noch am Rande. Reich, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo wir alles in Frage stellen sollten. Wir sind im Zeitalter der Lüge auf dem Höhepunkt. Und deswegen müssen wir das tun, wenn wir aus der Nummer rausholen. Alles in Frage. Alles woran wir bisher geglaubt haben. Aber wir brauchen, um das in Frage zu stellen, brauchen wir einen Bezugspunkt. Das wird schwierig, dann schwimmen wir. Wir müssen einen Bezugspunkt finden. Also ich sage mal, dieses Gefühl der inneren Wahrheit und Stimmigkeit, da müssen wir anknüpfen. Und wir sollten nicht auf jede Neuerung im Alternativbereich gleich anspringen, sagen, oh das ist es, sondern man muss es auch prüfen, man muss es für sich kritisch prüfen. Mache ich ja auch so. Ich kann auch mit vielen Entwicklungen oder Behauptungen, die man so sagen, kann ich auch nicht immer gleich was anfangen, weil ich es noch nicht entweder ist es totaler Quatsch oder es fehlen für mich noch so gewisse Zwischenschritte, wo ich sagen kann, jetzt kann ich es annehmen, jetzt kann ich es nachvollziehen für mich. Das ist jetzt sozusagen da draußen. Ich gehe mal auf die Jetzt-Situation der satanischen Umkehr. Abstand ist die neue Nähe. Jeder, der sich mit Gesundheit beschäftigt, weiß, wie wundervoll gesundheitsfördernd eine Umarmung ist. Eine wortlose, stille Umarmung in ich. Und die wird uns als verbrecherisch gefährlich dargestellt. Lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Und da sage ich mal, dass wir uns auf unser Gefühl, was ist menschlich, was tut mir wirklich gut und was ist unmenschlich. Allein an dieser Frage, ist das menschlich oder unmenschlich, was da gemacht wird. Wenn ich also separiert werde, ist das unmenschlich, weil wir Menschen Gemeinschaftswesen sind. Richtig. Ja, und, und, und. Also als Navigator, ja, das Gefühl, du hast es vorhin, die gesunden Menschenverstand, die Österreicher sagen Hausverstand oder so, da kommt das Gefühl ja mit rein, Stimmigkeit oder Unstimmigkeit. Und wir erleben eine Unstimmigkeit, die ins, sag ich mal, Uferlose gerade Er schreit zum Himmel. Er schreit zum Himmel. Um uns in die Stimmigkeit zu bringen. Oder in das Gefühl von Stimmigkeit zu bringen. Also eigentlich leben wir in der spannendsten Zeit der Weltgeschichte. Vielen, vielen Dank, Raik Gabe. Ich sage immer, wir könnten hier stundenlang, aber das ist auch eine Überforderung. Also ich, und ihr könnt es ja dann nochmal zurückspulen. Aber ich sitze hier oder Heiligsblechle. Selber auf den Weg machen, ausgraben. Es gibt viel zu entdecken. Vielen, vielen Dank, Raik Gabe. Und es war nicht das letzte Mal mit Sicherheit nicht.